Und weiter geht's mit Startnummer 6. Es handelt sich um eine Salzburgerin. Genau, die Nadine Nathalie Eisel. Sie lebt in Hallein. Aber doch nicht allein. Auch nicht zu zweien. Oh nein, oh nein. Schaut selber rein. Also ich find, sie ist echt eine gute Freundin. Und wir haben eigentlich fast einen Streit gehabt. Hin und wieder halt einmal. Aber da haben wir eigentlich gleich wieder aufgekehrt. Also das ist mein allererstes Kleid. Meine allererste Strumpfhose. Viel Glück, Nadine! Ein dickes Ding. Was? Die Nadine ist doch schlank und unklein. Ein Monster. Ich versteh überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Richtig ekelig. Elma! Was denn? Ich zieh dir noch nur aus dem Lied von der Nadine Nathalie. Ein dickes Ding. Aha, okay. Hier ist der Clip mit Nadine Nathalie. Ich hab keine Angst, fürchte mich vor niemand. Denn ich weiß, die meisten Geister sind aus Pappmaché und Kleister. Gehen Godzilla und Dracula in Pappmaché, mach ich mir vor Lachen fast in die Hose. Doch wenn ich ne Spinne seh, bin ich wie in Hypnose. Ein Monster in unserem Haus hat Beine mit Haaren drauf. Richtig eklig. Bei mir wohnt so ein dickes Ding. Schon kommt es immer mehr ran. Und zieht mich und geniert wie nen Gabelbissen an. Bei mir wohnt so ein dickes Ding. Ich bring' zum Frühstück keinen Bissen runter. Vielleicht sitzt das Ding gerade in der Erdbeermarmelade. Ich tauch' lieber unter meiner Decke unter. Was jedoch ein Fehler war. Denn das Ding sitzt darunter. Vergnügt und putzmunter. Ein Monster in unserem Haus. Habt Beine mit Haaren drauf. Richtig eklig. Bei mir wohnt so ein dickes Ding. Ich weiß, wer hier den Kursen zieht. Ich bin dir, die ins Schlafzimmer von den Eltern flieht. Bei mir wohnt so ein dickes Ding. Bei mir wohnt so ein dickes Ding. Naali-Nathalie!